Grüßt das Nu mit einem Lass doch ein Like und Abo da Danke an Amelie Jentsch für dieses Intro Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben sie auch coole Intros in die Kommentare Willkommen zu einem neuen Video und heute einem ganz besonderen Denn ihr habt es auf dem Thumbnail-Titel sicherlich schon gesehen Heute werden wir nicht nur ein Baby babysitten sondern 1000 Babys Richtig gehört Es gibt da jetzt nämlich was cooles was ich gefunden hab und was man mit dem Spiel anstellen kann und da werden wir heute experimentieren Falls ihr das Game allerdings einmal sehen wollt wie es aussieht wenn man es normal durchspielt dann checkt das gern hier ab oder unten in der Beschreibung Ich habe schon Angst, ich bin so gespannt Lasst einen Daumen nach oben da Kommentare und Abo Würde mich sehr freuen, das unterstützt mich nämlich wirklich, let's go Bei den Dreharbeiten dieses Videos kamen keine Babys zu Schaden, außer bloß Ohren Okay, okay, okay Alles ist noch ganz normal Wir haben hier ein Baby Das ist wunderbar Dem geht's auch soweit noch ganz gut Was ist das da oben? Outfit Oh, Moment Was ist das? Damit haben wir jetzt nämlich die Möglichkeit unfassbar geile Dinge mit diesem Game anzustellen Wir können nämlich unter anderem die Timescalen Ähm, ähm Dann haben wir einmal Ähm Wir können es also mal so groß machen, wie wir wollen So, oh mein Gott, ist das fürchterlich Oh Gott, wie groß kann das Baby sein? Moment, lass mich mal kurz gucken Warte mal Oh mein Gott Ich mach's mal Kann ich's jetzt nehmen? Oh mein Gott, ich kann's nehmen Oh Gott, ist das fürchterlich Okay Ey, das steckt hier fest Ich kann Oh nein, oh nein Kann ich's wieder in den Stuhl setzen? Oh mein Gott So, lass mich's mal wieder kleiner machen So, ist das, glaube ich, korrekt Wir machen's mal ganz klein Wie klein kann das sein? Oh mein Gott, ist das weg, oder? Okay Ach du Scheiß Oh mein Gott, das ist gruselig Okay Oh, ist das wieder normal? Ich möchte mal gucken, was passiert, wenn ich das hier reinstopfe Let's go Das gefällt dem? Wir haben ja vorhin drüber gesprochen Ich kann ja hier duplizieren Das machen wir jetzt mal So, Clone Baby Klauen die ineinander Oder was? Hä? 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 Oh, 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 das sind jetzt ja ganz klein Oh nein, Stütt Oh Gott Oh mein Gott, das ist Was ist denn das für ein Oh mein Gott Oh, ich halte es nicht aus, ey Das ist ja schrecklich Stell mal vor, du kriegst Achtlinge oder so Rein da jetzt Klauen Klauen Klauen, Klauen Ach, die klauen alle ineinander That's what she said Okay, wir klauen jetzt einfach mal 100 Stück Ja, wir haben 100 Babys Und zwar jetzt So, und jetzt probieren wir's mal Let's go Dieser Fuß da Look at that Look at that leg Oh nein Nochmal Und der hängt in der Tür Oh mein Gott Oh Gott, ey Das ist so schrecklich Und das hier in der Tür Ist einfach noch schrecklich When you tried your bitch Ja, Leute Auch das müssen wir jetzt Wirklich Ähm So, let's go Klauen Klauen, 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 Klauen Lalalalalala Ja, da freust du dich drauf, ne Okay, wir klonen wir mit 200 Wir versuchen's mal mit 200 Kann ich 200 Babys spülen? Das war ja einfach nur zu geil Ich liebe es, Baby zu sitzen Es lag jetzt schon Klopbrille senken Und spülen Oh mein Gott Ah Oh mein Gott Und der ist in den Korb gelandet Wie kommst du denn da hin? Und da oben in der Wand steckt auch eins Sind immer Babys Oh Gott, guck mal Gott, okay Kann ich bitte irgendeins von euch wickeln? Es ist eigentlich ganz egal, welches Wickeln Wo ist die Windel, Mann? Wo ist die Windel? Weg mit dir! Can't find the Windel right now Könnt ihr bitte einfach die Sch*** halten? Wo ist die Windel? Baby ins Bett bringen, Leute Let's go Warte mal Oh Gott Da liegen Babyköpfe drin Das ist so furchtbar Okay, wir spawnen es mal vor Yeah Geil Äh, dann Nicht Oh nein Alles gut Ey Nicht aufregen Nicht aufregen Warum holt es jetzt? Tür schließen Schnauze Oh Gott, ey Das ist so fürchtig Ich glaub, so hört es sich wirklich an Wenn du 100 Babys babysittest, ne? Oh mein Gott Baby beruhigen Welches denn? Ich glaub, du bist unser Baby, oder? Die anderen müssen hierbleiben Die anderen Zombies Oh Gott Dann machen wir dich aber größer Damit ich dich wiederfinde Warte mal Das sieht schon so gruselig aus, ne? Ups So Oh nein, die sind auch alle größer Machen wir mal alle groß Oh mein Gott Oh Gott Oh Gott Es ist so Es ist einfach so abartig, ne? Lass nochmal größer machen Lieber Alice Im Wunderland Ach du Scheiß Okay, ihr kleinen Tintenfische So, komm her Hau ab Hau ab So, jetzt lass mich in Ruhe Oh Halt deinen Schnau Ruhe jetzt Nach zwei Lach, Kuckuck Ist das nicht lustig? Nein Ins Bett bringen Okay Ja So, jetzt machen wir es mal groß Wenn ich groß meine Dann meine ich auch groß Oh Komm ich jetzt wieder an die Toilette noch dran? Toilette Oh ja Klobrille senken Man, Ups Bring all the poison Ja Okay, kann ich es jetzt spülen? Spülen? Nein Okay, ich war es ein bisschen kleiner Ah, jetzt Okay Spülen Das hatte ja gar nichts ausgemacht Ich muss gerade ein bisschen einfach rumprobieren Zu Und es ist Oh Das wollte ich noch gar Moment, die machen es jetzt extrem groß Oh Oh Gott, den hat es ja total zerrissen Oh mein Gott, das sieht so gruselig aus Let's go Oh Ich finde es trotzdem immer noch abratisch, dass dir das gefällt Hallo Oh Gott, das ist ja Oh nein, 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 nein Ich habe jetzt angefangen Wie viele Babys passen tatsächlich in diesen Ofen? Hopp 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 We're gonna be entering now Okay Also Oh Gott, oh Gott Das wird fürchterlich Schließen Die sitzen alle außerhalb Jetzt aber Da kann mir keiner erzählen, dass es nicht drin ist Okay, 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 okay Ich bin bereit Nein, nein, nein Oh, oh, Spieß hängen geblieben, oder? Voll entspanntes Regengeräusch Oh mein Gott Oh mein Gott Holy Da hinten Oh mein Gott Das ist wirklich einfach nur Schreck Die haben es sogar hier noch draußen geschafft Die sind einfach überall Ach du Scheiße Okay, okay Ich weiß, dass es geht Aber jetzt wollen wir noch Toiletten spülen, Mann Clone, 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 clone Okay, wir versuchen mal hier ganz viele Babys rein zu klonen 200 sollten, glaube ich, reichen Und dann wird das Spiel echt lame Aber wir gucken mal, wie viele gehen Let's go Oh nein, immer der gleiche Fick Let's go Oh Gott Das Regelnprasseln ist angenehm Oh mein Gott, es ist so fürchterlich Stell dir vor, du spülst und dann passiert einfach das So, ich möchte jetzt Als abschließendes großes Finale Ganz den kompletten Raum mit Babys füllen Oh, wieso ist denn da immer eins dabei, was so gruselige Augen hat Das ist total gruselig Oh Gott, nicht weinen, nicht weinen Alles gut Ich lasse dich einfach nur fallen Nein Ihr habt überhaupt keinen Grund zu heulen Na, wie viele Kinder willst du mal? So Community-Treffen irgendwie gerade Baby, 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 baby Was? Nein So, wir klauen jetzt so viele Bis das Spiel nicht mehr kann Ach, 400 500 Soll ich mal probieren, ob ich 1000 schaffe? Was passiert, wenn ich die jetzt scale? Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Und da hinten das Das ist so gruselig Oh Gott Moment Ich brauche kurz eine Minute für mich Okay, mach dich mal wieder ein bisschen kleiner, Leute Oh, das ist aber süß, gell Guck mal Okay, Leute Es sind jetzt gleich 600 Babys einfach nur Das ist insane Cologne, 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 Cologne Cologne, 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 Cologne 700 Die arme Mutter, die stillen muss, ey So, Leute 900 Ich glaube nicht, dass wir es schaffen Schaffen wir 1000 Babys Ich weiß es nicht. Ja, wir schaffen es, oder? Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Wir haben 1000 geschafft. Oh mein Gott, das ist einfach nur krank. Dann scale ich euch mal noch ein bisschen hoch. Ich muss sagen, mein Rechner ist echt ein Tier, oder? Okay, das war's. Oh Gott, es funktioniert wirklich. Oh Gott, es ist einfach nur krank. Oh Gott, es ist einfach nur krank.